Datensicherung muss kein mühsames Geschäft sein. Ganz im Gegenteil, diese USB 3.0 Dockingstation von Xystek macht daraus ein wahres Kinderspiel. Über die USB 3.0 Schnittstelle lesen Sie 3,5 und 2,5 Zoll SATA Festplatten mit bis zu 5 Gigabit pro Sekunde aus, sofern Ihr PC einen entsprechenden Anschluss besitzt. Natürlich können Sie die Station aber auch nutzen, wenn Ihr Rechner nur USB 2.0 unterstützt. Backups laufen fast von allein. Einfach die Festplatte in die Station stecken und dann die Backup-Taste auf der Dockingstation drücken. Schon können Sie die ausgewählten Daten mithilfe der mitgelieferten Software komfortabel auf die eigene Festplatte schaufeln. Solange die Festplatte in der Dockingstation steckt, können Sie über dem PC außerdem wie auf ein externes Laufwerk darauf zugreifen. Schnell, einfach und komfortabel. Mit dieser USB 3.0 Dockingstation sind Datensicherungen keine lästige Angelegenheit mehr. Und selbst wenn Ihr PC nur USB 2.0 unterstützt, sind Sie mit diesem Gerät für die Zukunft bestens gerüstet. Die Festplatte in der Dock 2.0